meine würdigen crypto friends herzlich willkommen hier ist er von thank you fürs einschalten und vorbeischauen hier gibt es wöchentlich zwei bis drei videos wie ihr bereits wisst rund um den crypto space aber allen voran natürlich rund um ripple und xrp von daher lasst gerne ein like und abo da und natürlich die glocke aktivieren damit ihr wirklich nichts verpasst und bevor wir uns jetzt hier die aktuelle marktlage uns anschauen und zum hauptthema dieses videos kommen nämlich die bricks starten speichert euch gerne im hinterkopf freunde denn in den nächsten wochen werde ich für euch ein projekt am start haben das wird richtig groß aufgefahren meiner meinung nach hat es richtig potenzial auch für die zukunft ihr wisst ja bescheid ich schaue auch auf langfristige projekte ja man muss einen langen atem haben und da gehört dieses projekt auf jeden fall dazu ihr könnt somit am start sofort daran teilnehmen von daher aktiv bleiben meine freunde und wir schauen uns dies die nächsten wochen auf jeden fall an welchen coin welchen token welches projekt ich hier meine zeit gespannt und speichert euch das auf jeden fall schon mal ab tja und jetzt würde ich sagen starten wir gleich mal rein in die masse oder los geht's ja die roten blubberblasen sie sind da sie sind allgegenwärtig und wir sind hier bei bitcoin unter 32 1500 freunde das ist eine richtig geile heftige marke die wir hier nach unten gebrochen haben ethereum 2300 und potzer quetschte es ist einfach unglaublich xrp nähert sich auch den 0,50 cent was für uns auch gleich anschauen werden einfach der komplette markt richtig down richtig rot wir schauen uns hier auch die gesamte marktkapitalisierung an das was bei 1,65 billionen sind also auch wieder abermals runter und somit auch die dominanz von bitcoin unter 40 prozent soll bei 39 prozent und etwa bei 18 prozent schreibt es mir die kommentare bekommt ihr herzflattern oder nutzt ihr die gelegenheit um richtig günstig nachzukaufen oder reist ihr euch noch mal zusammen und wartet auf den bärenmarkt oder ich sage lieber spekuliert auf den bärenmarkt wie ich das mache denn wie man weiß kann man im bärenmarkt halt so richtig wie auf dem flohmarkt ultra spott billig dann nachkaufen keine finanzielle beratung an dieser stelle aber freunde diese preise kann man auf alle fälle auch schon richtig geil mitnehmen macht nicht das was die masse tut denn was wir hier sehen ist einfach nur panik panik leute panik profitiert bei panik und profitiert auch von fomo fear of missing out wenn alles hoch geht dann sollt ihr verkaufen und wenn alles nach unten geht dann sollt ihr kaufen aber wie gesagt keine finanzielle beratung hier wir schauen uns abermals an was die vergangenheit so gemacht hat schaut euch das mal an ein letzter sprung und dann punkt 2008 hier die rallye nach oben hier die alpen und dann hier 2022 die rallye nach oben und die alpen und jetzt sind wir hier die korrektur schaut euch die korrektur mal an natürlich weiß keiner wie hier wie stark hier die korrektur sein wird und dann natürlich hier noch was ich geil gefunden habe s&p 500 20 10 und 20 11 rallye of the march 2009 los ja hier die rallye nach oben dann head and shoulders und dann hier richtung mond hochgeschossen und hier die gleiche story 20 21 22 rallye of the march 2020 los hier die rallye nach oben und head and shoulders und wo ist der top fragezeichen ich bin richtig gespannt freunde und ich glaube wir gehen hier noch mal ein bisschen weiter nach unten was bitcoin betrifft ich glaube wir sehen tatsächlich die unter 30.000 der marke bevor wir hier noch mal eine bitcoin rallye sehen werden und dann den crash miterleben und dann im gleichen atemzug die altcoins flattern sehen werden und zwar richtung mond aber sowas von gewaltig hier auch noch mal altcoins sehen aus als würden sie explodieren hier haben wir kobe 2020 gehabt und die rallye nach oben hier unser triangle hier auch ist triangle und hier sind wir jetzt und hier fragezeichen auch wieder nach oben also ihr seht auch ich sag mal die profi trader haben hier die gleichen chart glaskugeln sage ich oder nenne ich sie jetzt mal hier auch noch mal von unserem dark defender bezüglich bitcoin hallo zusammen die meisten von uns erwarten den altcoin bullenlauf richtig fragezeichen hier auch noch mal an euch was denkt ihr sehen wir hier noch mal ein altcoin run oder nicht also meine meinung ich persönlich bleibt stark ich habe noch immer nicht nachgekauft ich warte auf den bärenmarkt es kann aber auch richtig in die hose gehen und vielleicht sehen wir nie wieder solche preise wie wir jetzt sehen aber das glaube ich persönlich nicht also in anbetracht der letzten kann diese ära also zwischen juni und juli beginnen werfen sie einen blick auf die korrekturwelle c das sehen wir hier hier sind wir nämlich jetzt im abwärts trend also korrekturwelle c von bitcoin die der schlüssel zum sprung der altcoins ist btc ein ziel unterstützt 28.000 und 19.500 wir werden es erleben schreibt uns mr dark defender er also somit auch mit chart beweisen sage ich jetzt mal was auch mein gefühl sagt dass wir hier die 30.000 auf jeden fall noch bei bitcoin sehen werden bevor wir hier dann den ausraster von bitcoin sehen und jetzt kommen wir hier zu xrp auf dem monatschart signalisiert der lux algo immer noch einen starken kauf dieser ist das erste mal in der geschichte von xrp es ist ein fünftes zeichen dafür dass wir uns sehr nahe am boden befinden und hier schreiben es noch 0,50 cent bereich ist unser tiefstwert also sie gehen davon nicht aus dass hier xrp unter 50 cent zu haben wird zu haben sein wird deutsche sprache schwere sprache somit hier bei 0,50 cent der boden sagt er nicht ich und freunde hier jetzt noch mal ich habe einen milliardär gefragt was ihn zum milliardär gemacht hat und er hat mir das hier gezeichnet also es sei mal dahingestellt ob das jetzt wirklich ein milliardär oder millionär gezeichnet hat und er einen milliardär gefragt hat aber es ist halt wirklich komplett torino richtig zoom out meine freunde zoom out wir sehen oft wegen unseren gefühlen den wald vor lauter bäumen nicht mehr deswegen 50 schritte zurückgehen und das ganze anschauen ja hier 5 years einfach nur nach oben und 5 days zick zack zick zack zeit mental stark lasst euch nicht beeinflussen und ihr sollt wissen was ihr haltet dann können euch auch solche richtig fetten tipps die wir jetzt zurzeit hier sehen auch nicht beeinflussen weil ihr eben wisst was ihr hält so freunde und jetzt komme ich zum hauptthema dieses videos und zwar die briggs staaten wo wir uns die jeweiligen länder also die staaten 1 zu 1 anschauen und wie tief hier ripple verankert ist und was im hintergrund schon vielleicht gemacht wird oder gemacht wurde und eben wie wirklich tief hier ripple mit der technologie und xrp dahinter bei den briggs staaten eben drinnen ist hier rechts oder links oben könnt ihr auf jeden fall dann immer sehen bei welchem staat wir sind aber ich werde es natürlich auch immer wieder sagen also ich würde mal sagen wir fangen mit brasilien an denn ripple hat sich mit der brasilianischen zentralbank getroffen und zwar war das noch 2019 also let's go also freunde ihr wisst ja bescheid ripple mit odl mit ripple net mit der technologie für grenzüberschreitende zahlungen die suchen sich natürlich keine kleinen adressen an also jeder staat jedes land erfüllt natürlich seinen sinn und zweck und somit brasilien 2019 ripple und die brasilianische zentralbank halten ein geschlossenes treffen ab um institutionelle angelegenheiten zu erörtern ja das war damals geschlossenes treffen ripples brasilien pläne die ehrgeizigen pläne von ripple insbesondere für lateinamerika und brasilien tauchten im juni letztes jahres auf als das unternehmen eine niederlassung in sao paulo eröffnete ja ihr hört richtig eine niederlassung in sao paulo also das war nicht nur ein treffen wieso soll ich bei einem geschlossenen oder öffentlichen treffen hier gleich eine niederlassung in sao paulo eröffnen ja um auf dem gesamten kontinent zu expandieren genau das möchten sie brasiliens überweisungsströme werden auf 2,5 milliarden us-dollar geschätzt was den lokalen markt zu einem wünschenswerten ziel für das kriptowährungsunternehmen macht also freunde in brasilien sind wir hier auf alle fälle schon vertreten wie stark das natürlich dann ran wachsen wird in allen bricks staaten und auch außerhalb der bricks staaten das werden wir anhand des volumens sehen und natürlich auch anhand des xrp preises und natürlich auch anhand des wertes von ripple der firma selber ja somit hat ripple 2019 seine geschäftstätigkeiten in brasilien aufgenommen und ging partnerschaften mit banken giganten ja wie zum beispiel santander und bradesco ein und auch banco rendimento also freunde brasilien somit check würde ich mal sagen wir gehen hier weiter und zwar richtung russland hier von atlantis press folgendes dokument wirklich interessant freunde ausländische und russische erfahrungen mit block chain digitalisierung durch zentralbanken finanz und technologieunternehmen das ist hier die überschrift und wir crashen hier gleich zu der seite nummer 5 genau richtig hier zu punkt 5 und zwar flusserklärung flussfolgerungen dieser forschung und aussichten zur weiterentwicklung von dieser richtung wir wissen ja sowieso was russland hier alles schon auch mit bitcoin mining und bitcoin und allgemein crypto zu tun hat auch wegen dem krieg aber hier bleiben wir jetzt einfach mal bezüglich diesem dokument ich habe das natürlich alles für euch übersetzt und lese das natürlich übersetzt vor aber für euch hier ripple auf jeden fall hier zu lesen aber ich lese natürlich vor diese analyse identifizierte die haupt tätigkeitsbereiche von russische unternehmen im zusammenhang mit der verwendung von block chain technologie ja die möchten natürlich hier auch nicht das fünfte rad am wagen sein bezüglich der globalen weiterentwicklung und man forscht auch hier bezüglich block chain eines der toolkit projekte basierend auf den mechanismen von block chain technologie war das projekt der bank of russia die durchführung grenzüberschreitender überweisungen ok jetzt kann man der sache auf jeden fall schon näher in der ersten hälfte des jahres 2018 hat die bank of russia novosibirsk ein innovatives labor führte forschungen zum testen der möglichkeit der grenzüberschreitenden abwicklung mit dem ripple plattform also mit der ripple plattform die systemtechnik übernahmen die abwicklung die teilnehmer hatten spezielle konnten im inland eröffnet zahlungssysteme und adressen im ripple netzwerk was ist dabei herausgekommen basierend auf der forschungsergebnisse wurde der schluss gezogen dass die die ripple plattform als grundlage für den start angesehen werden kann also die zusammenfassung russland stellte fest dass die zentralbank von russland xrp in multinationalen zahlungssystemen getestet hat und hier im letzten monat noch aktuell also der bank also russlands größer kreditgeber hat von der zentralbank eine lizenz zur ausgabe digital vermögenswerte an kunden erhalten und hier wird auch richtig abnormal im hintergrund einfach getestet ich verlinke euch natürlich sofern noch platz ist unten in der beschreibung alle quellen denn hier habe ich natürlich sehr sehr viele quellen für euch heute vorbereitet wir kommen weiter wir kommen weiter wir gehen weiter und zwar richtung indien der ehemalige gouverneur der reserve bank of india sprach bei ripples 2019 swell und hier dazu auf der offiziellen ripple.com seite die natürlich auch aktualisiert worden ist diesbezüglich die news swell 2019 dr rakuram ryan über die ermöglichung der finanziellen inklusion mit block chain und digitaler vermögenswerte so hier sind die zwei auf jeden fall er ist auch nebenbei noch professor an der university of chicago er erklärte block chain bietet eine reihe verschiedener möglichkeiten um auf sich ändernde einstellungen zum internationalen finanzsystem einzugehen bei grenzüberschreitenden zahlungen bei der tokenisierung innerhalb des zentralbankwesens und mehr er bemerkte wir stehen am anfang einer weiteren globalisierungswelle indian möchte auch nicht das fünfte rad am wagen sein ist ja logisch wie kein anderer staat aber oft kämpft man natürlich mit sich selber oft kämpft man auch eben mit der politik und den regulierungen also laut doktor ryan müssen sich finanzinstitute weiterhin das vertrauen der verbraucher mit und ohne bankverbindung auf der ganzen welt verdienen ihr glaubt es gar nicht wie viele menschen es ohne bankverbindung auf der welt gibt und die block chain kann hier halt einfach lösungen finden und bringen die partnerschaft mit unternehmen die dezentralisierte technologie nutzen ist eine möglichkeit dies zu erreichen da sie mehr transparenz fördern und die kosten für den geldversand an geliebte menschen nach hause senken und zwar gegen null xrp als brückenwährung hier an dieser stelle doktor ryan ist die demokratisierende kraft der technologie nicht fremd er gilt als einer der wichtigsten visionäre hinter indians früher einführung des weit verbreiteten mobilen bankings seine idee das 2016 eingeführte unified payments interface also upi revolutioniert peer to peer zahlungen und trägt dazu bei indians migration zu einer digitalen gesellschaft einzuleiten ja hier gibt sich natürlich die eine technologie mit der anderen auf der bühne hob er mikrozahlungen als eine bereich hervor der reif für die revolutionären veränderungen ist die von der dezentralisierten block chain technologie versprochen werden ja somit auch hier indien richtig stark mit dabei in den planungen mit ripple aber hier geht es natürlich noch weiter ja hier bei der way noch state bank of india also spi eben ein ripple partner wer es halt noch nicht wüsste und hier bei spi ripple asia somit spi ripple asia darf das internet der werte in japan und anderen asiatischen regionen in dem es die expertise und technologie beider unternehmen zusammenführt teilnehmer von ripple net was die distributed ledger technologie also dlt verwendet können sich mit einer einzigen api direkt mit finanzinstitutionen verbinden und sofort und zuverlässig geld in mehr als 40 währungen in mehr als 70 länder überweisen das ist halt einfach krank geil spi ripple asia stellt ripple net finanzinstituten und betreiber von geldtransferdiensten in japan südkorea und bestimmten südostasiatischen ländern zur verfügung südostasiatische länder wie indien zum beispiel ja und somit hier noch tata consultancy service tata consultancy service ist ein weltweiter anbieter von it services beratungsleistungen und geschäftslösungen also wir sehen uns hier an die offizielle seite von ihnen bank of india als spi beauftragte tcs bench mit der anpassung der software der implementierung des neuen kernsystems und der laufenden betriebsunterstützung für ihre zentralisierte informationstechnologie also der ripple partner spi und auch tata der ebenfalls ein ripple partner ist beauftragte hier tata mit der anpassung der software folgendes der gesamtaufwand umfasst die umstellung von etwa 140 millionen konnten die bei 14.600 inländische filialen von spi und seinen tochterbanken geführt werden dessen zahlen freunde dessen zahlen wie gesagt ich stelle euch hier und somit ripple stellt uns hier keine kleinen adressen vor und worum geht es jetzt hier wirklich ja auch noch mal tata consultancy services hier geht es um diese technologie was ich euch hier jetzt vorgelesen habe und zwar hier was grenzüberschreitende überweisung unter nutzung von dlt basierten ökosystemen das ist hier die unterschrift nach aber was ist los natürlich überschrift und folgendes wird hier erwähnt die quartz cross border mit hans lösung ermöglicht es banken und zahlungssystemen sich mit neueren dlt basierte zahlungsinfrastrukturen wie ripple net für die verarbeitung von grenzüberschreitenden devisen überweisungen transaktionen zu verbinden versteht ihr was hier gemeint ist und zwar einfach mal diese abnormalen zahlen 140 millionen konnten auf 14.600 inländischen filialen was hier über diese software anpassung über ripple net und quartz cross border remittents lösung einfach zusammenkommt und gelöst wird durch die nutzung dieses ansatzes können vorhandene kernsysteme in betrieb genommen werden banken und andere zahlungsinstitute müssen keine änderungen bei der anbindung an die blockchain plattform vornehmen ist es bequem oder ist es bequem da diese komplexität vom quartz gateway absorbiert wird also man setzt sich hier sozusagen bei diesem software update gemütlich in den sessel somit für mich auch indian abgehakt xrp mit ripple oder ripple mit xrp ist hier eins zu eins wiederfindbar ja und jetzt kommen wir zum sorgenkind china wir wissen ja alle allgemein bescheid wie china allgemein ist und wie china allgemein sich bezüglich kripto ich sag mal bedroht fühlt und wie sie halt eben dazu stehen aber begrüßung von chinas zentralbank industrie und akademische führungskräften im ripple hauptquartier um die neuesten blockchain trends zu diskutieren und dieses treffen meine freundin war 2017 persönlich weiß ich natürlich nicht bescheid wie die sache jetzt hier seitdem aussieht aber was mich halt wirklich positiv stimmt das hier waren damals offizielle news aus china und wir wissen ja allgemein wie auch china bezüglich news aufgestellt ist da ist eigentlich nichts mit freier meinung und dementsprechend hier dann auch noch mal extra positiv das ganze um den austausch zwischen china und den vereinigten staaten im bereich feindlich zu fördern nahm vom 23 4 august ortzeit eine us feindlich delegation teil die vom shanghai new financial research institute also sfi und dem digital finance research center als idf der universität peking organisiert wurde um besuche und inspektionen bei feintech unternehmen und aufsichtsbehörden in san francisco durchzuführen also ripple traf sich hier wirklich mit leuten vom bank of china aber das war es natürlich noch lange nicht hier also am august ortzeit besuchte die delegation hier amerikanische feindlich unternehmen vier an der zahl und alle oder fast alle mit grenzüberschreitenden zahlungstechnologie soll ich mal also so frei bekannt für studenten darlehen okay das verbraucher feindlich unternehmen zirkel wir kennen doch zirkel irgendwer das war 2020 meine freunde da war rippel natürlich in den top 100 unternehmen was cross border payments angeht also grenzüberschreitenden zahlungen und was sehen wir natürlich hier auch 2022 waren sie mit dabei und siehe da zirkel ist auf einmal auch dabei und natürlich stellar also von daher kennen wir hier zirkel zirkel ist ein finanztechnologie unternehmen für verbraucher dessen kernprodukt grenzüberschreitende überweisungen sind so und hier dann dementsprechend blockchain globales finanzabwicklungsnetzwerk ripple ripple brauche ich euch auf jeden fall hier nicht mehr vorzustellen und hier die zusammenfassung und wie gesagt das ist alles offiziell aus china hier auch google übersetzer chinesisch zu deutsch die diskussion war offen und effizient korrigierte einige frühere missverständnisse über die aktuelle situation von feintech in den vereinigten staaten und diskutierte eingehen chinas branchen aussichten und regulierungsstandards es geht aber natürlich auch hier noch weiter und zwar folgendes hier local ripple partner verbindungen ja und dieser die local das natürlich ein großer ripple partner ebenfalls ist ja hier unter anderem die local bei ripple partner zu sehen hat natürlich verbindungen zu alipay und wechat meine sehr geehrten willigen crypto friends natürlich auch partners with microsoft to research new customers in emerging markets and lounge in nigeria und hier dementsprechend die local ads wie chat pay alipay und union pay zum portfolio dazugefügt oder hin hinzugefügt und alipay freunde ein sahne stück hier die größe um mal hier zu sehen leader in online and mobile payments mit einer milliarden user freunde einfach mal eine milliarde unglaublich und hier dann dementsprechend von kevin cage der zweite tweet vergiss union pay nicht wenn wir jetzt auch eben vorgelesen haben wir wissen dass die local in den regionen lateinamerikas asiens und afrikas expandiert um aufstrebende märkten zu helfen ja also wie chat eine billion monthly active users also auch eine milliarde ja auch unipay ist der largest card payment organization also der größte anhand der totalen volumen bei den transaktionszahlungen also eigentlich gleich mit visa und mastercard unglaublich richtig richtig geil und natürlich hier alipay founder jack m und parent also die eltern and financial also unglaublich unglaublich richtig geil und somit china auch für mich ein check und überall einfach ein leises anschleichen mit gewaltiger power so würde ich das ganze beschreiben und jetzt kommen wir zu ja was ist denn das für ein kontinent ach ja south afrika also südafrika und zwar mit mercury das zeit erhöht und gelde einsparungen bei überweisungen nach südafrika mit was denn wohl odl richtig die kürzeste luftmeilen entfernung zwischen johannesburg und london beträgt 5635 meilen es ist halt richtig viel in der vergangenheit dauerte es tage geld zwischen banken oder gelddienstleistern in diesen beiden städten zu bewegen um diese entfernung zurückzulegen und jetzt kommt freude einfach nur einfach nur geil das bedeutet buchstäblich dass es immer noch schneller wäre geld in ein flugzeug zu stecken und es physisch zwischen den beiden städten zu fliegen ist das geil oder ist das geil einfach nur zum lachen leute der internationale zahlungsspezialist mercury will diesen geldtransferfenster mit dem on diamond liquidity also odl service von ripple net und dem digitalen vermögenswert xrp auf nur wenige minuten verkürzen einfach nur ein gedicht jedes mal die vorteile von ripple xrp odl zu lesen ein gedicht also mercury ist eines von zwei unternehmen unter den letzten sechs die xrp für effizientere grenzüberschreitende zahlungen in die region einsetzen jawohl ruppel fühlt sich geehrt teil dieser transformation von überweisungen und internationalen zahlungen innerhalb afrikas in partnerschaft mit innovativen partnern wie mercury zu sein wir verpflichten uns ähnlich wichtige bemühungen auf der ganzen welt zu unterstützen und eng mit den aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten um ihre erfolge sicherzustellen und so kennt man auch ruppel engem kontakt mit den aufsichtsbehörden und mit den jeweiligen verantwortlichen eines landes sage ich jetzt mal weil man hier einfach auf einer transparenten ebene wie man es halt von ripple kennt vor allem durch die sec klage ebenfalls hier noch mal richtig geil zu sehen dass die sec einfach nichts findet was ripple momentan schaden könnte außer der klage selber natürlich weil ripple eben hier so transparent wie möglich sein möchte und auch ist aber auch hier bleiben wir natürlich nicht stehen und zwar rippel partner xago nutzt xrp um geld in ganz afrika zu bewegen das war 2020 also ende 2020 ja rippel partner xago sagt dass er eine beträchtliche investition erhält um seine kriptowährungsdienste auf afrikanische märkte auszudehnen xago betreibt eine regulierungskonforme xrp südafrikanische rand also z a r börse die traditionelle zahlungsschienen umgeht und es kunden ermöglicht geld schneller über grenzen hinweg zu bewegen also wieder nur das positive was ripple xrp hier mit sich bringt jürgen kunerl chief commercial officer und mitbegründer der börse sagt dass xrp entscheidend für die mission des unternehmens ist kripto im täglichen zahlungsverkehr funktionieren zu lassen die zahlungsgeschwindigkeit ist entscheidend wenn sie zum beispiel bitcoin nehmen müssten es dauert durchschnittlich zwölf minuten um ein blog bestätigung zu lösen oder das ethereum netzwerk dauert drei minuten und das xrp 3 sekunden ja es klingt natürlich jetzt auch nicht so wild ja zwölf minuten gut zwölf minuten schon aber zum beispiel hier bei ethereum drei minuten aber wie gesagt rippel sucht sich hier adressen aus da gibt es einfach mal millionen über millionen von transaktionen an einem tag soll ich jetzt mal und da macht es halt dann doch was aus also sauerkündigt seine erste sable münze außerhalb von s a ranz an wobei x us den us dollar unterstützt ja hier wie gesagt xygo ripple partner xygo technologie gibt die einführung seiner sable münze x us bekannt die den us dollar unterstützt und es kunden ermöglicht gelder mit us dollar und us die sie über die xygo plattform einzuzahlen und auszuzahlen sagen wurde 2016 in südafrika gegründet um es einzelpersonen zu ermöglichen sofort geld zu einem bruchteil der kosten herkömmliche betreiber zu senden wieder die vorteile und zwar mit der gewissheit dass die transaktion hochsicher und konform ist und genau weiß wann sie bei ihrer zahlung ankommt ja es geht hier weiter noch über xygo technologies banken e-commerce plattformen einzelhändler mobilfunkbetreiber kryptobörsen rohstoffunternehmen und internationale geschäftsinhaber arbeiten mit xygo zusammen habt ihr gehört wer alles mit xygo hier zusammenarbeitet um geld schneller sicher konform kostengünstig und mit sicherheit mit mit sicherheit groß geschrieben nach und aus afrika zu überweisen meine freunde das alles sind die ripple partner und passen zu diesem thema halt in den brix staaten ja und ägypten darf man halt jetzt auch nicht ganz außen vor lassen nämlich ägypten tritt brix mdb bei national bank of aegypt und lulu international exchange verbinden sich über ripple net um die überweisungs erfahrung nach ägypten zu verbessern also national bank of aegypten ist ägyptens größte bank die sich dem ripple netzwerk für grenzebeschreitende zahlungen sich anschließt meine freunde das war auch 20 21 also gut vor einem jahr was sehen wir hier über das globale zahlungsnetzwerk ripple net von ripple hat sich nba mit dem in den vereinigten arabischen emirates ansässigen finanzdienstleister lulu international exchange teil der lulu financial group verbunden um grenzüberschreitende zahlungen von den vereinigten arabischen emiraten nach ägypten abzuwickeln tja überweisungen sind für die länder die sie erhalten von entscheidender bedeutung und diese gelder spielen eine bedeutende rolle für das brutto inlands produkt eines landes ägypten gehört zu den top fünf ländern weltweit in bezug auf überweisungen die es von seinen ausländischen expatriates gemeinschaften erhält ja hier sieht man sich natürlich explizit die grenzüberschreitenden zahlungen auch auf partnerschaft von nba mit ripple wird dazu beitragen die gesamteffizienz zu verbessern indem nba in die lage versetzt wird neue allianzen auf breitere märkten mit reduzierten kosten und schneller integrationszeit aufzubauen unsere partnerschaft mit ripple und nba bekräftigt unser engagement das zahlungsökosystem der mena region also nahe osten und nordafrika durch sinnvolle zusammenarbeit und geeignete einführung von technologie zu verbessern ja und deshalb auch hier offiziell auf der ripple seite freundes war die zusammenfassung bezüglich tricks staaten und rund um ripple und wie sehr stark man jetzt schon verankert ist und es war einiges war damals einiges war 2017 18 19 und 20 und 21 also wir haben uns die letzten jahre mal revue passieren lassen und die verbindungen halt eins zu eins zusammengesetzt und welche adressen partnerschaften und verknüpfungen wir hier tatsächlich haben und alles kommt dann natürlich zusammen auch noch mit iso 222 ist wie eine bombe zusammengefasst hier wirklich einschlagen wird meiner meinung nach und das volumen schritt für schritt aufgebaut wird freunde deswegen sage ich euch immer wieder macht research ihr sollt wissen was ihr wirklich hält der preis spiegelt wirklich nur das jetzt wieder nicht die zukunft und beim investieren investiert man auch nicht nur in das projekt sondern auch in die zukunft freunde und somit bin ich hier heute dieses video ich hoffe ich konnte ein wenig erleuchtung schaffen und eurer meinung für sich ripple und xrp natürlich auch ein bisschen stärken und in diesem sinne investiert klug und wir sehen uns meine freunde euer abon ciao ciao